Hallo, schön, dass Du hier bist. Mit diesen Übungen möchten wir unser Nervensystem beruhigen und mehr mentale Klarheit schaffen. Als erstes möchten wir die Energie im Körper bewegen und gut verteilen. Atme ein, wenn Du Dich nach vorne beugst und atme aus, während Du wieder aufrichtest. Atme ein paar beruhigende Atemzüge und bewege dann die Hände im Körper. Atme ein Kreis vor Deinem Gesicht, als ob Du es waschen würdest. In diesem Fall kannst Du mit frischen Energien mentale Blockaden und Bilder, die Du nicht benötigst und die Deine Sicht blockieren wegwischen, als ob Du dunkle Wolken vor Deinem Gesicht zur Seite bewegst. Jetzt wollen wir unser Herz öffnen und uns dabei eine schöne, warme Umarmung geben. Atme ein, während Du die Arme zur Seite öffnest und atme aus, während Du den Rücken rund machst und Dich selbst umarmst. Wiederhole die Übung so lange, wie Du möchtest und zaubere dabei ein Lächeln auf Dein Gesicht, auch wenn Du gerade nicht danach zumute bist. Ein winziges Lächeln, das Du vielleicht Deiner besten Freundin oder Deinem Kind schenken würdest. Schenk's Dir jetzt von Deinem Herzen Dir selbst. Musik 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 Als nächstes wollen wir unsere Lebensenergie wecken und dabei unseren Atem regulieren. Atme ein, während die Arme sich auf Schulterhöhe bewegen und atme aus, während die Hände und Arme wieder sinken. Dabei kannst du dir vorstellen, dass du die frische Energie über die Hände und Füße in deinen Körper einatmest und die verbrauchten Energien und negativen Emotionen wieder über die Hände und Füße ausatmest. Musik Jetzt wollen wir mit den frisch eingeatmeten Energien die verbrauchten Energien und negativen Emotionen im Oberkörper vertreiben. Atme ein, sammle die frischen Energien und mit dem Ausatmen bewege die Arme nach oben und schiebe die verbrauchten Energien so weit nach oben, dass sie über dem höchsten Scheitelpunkt deinen Körper verlassen. Dabei stelle es dir wie einen Wasserstrahl vor, der nach außen sprudelt. Du kannst dir vorstellen, dass du dich von innen nach außen mit sprudelndem Wasser einigst und alles, was dich innerlich blockiert, herauskommen lässt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die gleiche Übung führen wir nun mit jedem Arm einzeln durch und bringen dabei die beiden Gehirnhälften ins Gleichgewicht. Atme aus, während der Arm sich nach oben bewegt und atme ein, während der Arm wieder sinkt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir wollen nun die frischen Energien in unserem unseren Dantien sammeln. Einem unserer Energiezentren laden wir uns mit beruhigenden Energien auf und bewegen sie dann in unsere mittlere Stantien und anschließend in unsere obere Stantien. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Bevor wir aufhören, führen wir eine letzte Übung durch, um wieder zurück zu unserer Mitte zu kommen. Diese Übung kannst du immer dann nutzen, wenn du mehr Klarheit im Kopf brauchst, eine mentale Pause, um dich in deiner Mitte zu sammeln. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018